Ja, wenn ich zum Beispiel irgendwo hergehe und so auf die Strasse und mich einer blöd anschaut und so weisst. Was blöd anschaut? Ja, so schief anschaut und so weisst, richtig im Auge, weisst. Und dann fühle ich mich provoziert, oder? Hast du ein Problem mit mir oder nicht, oder? Ja. Und wenn er sagt ja, dann ist es etwas anderes. Und was ist denn anders? Ja, dann regeln wir es anders. Wie regelst du es denn? Ja, dann mit Furcht. Ohne Worte. Wenn er schon so krass mich anschaut, weisst. Dann ist es vorbei, Mann. Aber wenn mich einen blöd anschaut, der Affe, dann ist es nicht mehr gut. Ich frisse ihn lebendig auf, gerade wo er ist. Ja, weil ich habe Ehre, Mann. Ich habe Stolz, verstehst du? Das ist es, Mann. Wenn mich einen anschaut, dann ist es nicht mehr gut, verstehst du? Ich schlage zu, bis er sich nicht mehr bewegt am Boden. Weisst du, ich meine, das kann man ja schon so vertrauen, oder? Aber du bist natürlich einfach hoher Blöfer für dich. Blöfer? Ja. Schau, ich rede nicht zu viel, weisst. Verstehst du? Aber wenn mich jemand anschaut, dann ist es einfach nicht mehr gut, Mann. Nein, kommt drauf an. Ich meine, wenn ich zum Beispiel in der Stadt spaziere, oder? Wenn mich jemand anschaut und so, aber so schief und so, dann sage ich schon, hey, hast du Probleme, oder so? Was läuft, Mann? Verstehst du? Ich soll nicht streiten. Muss ich dir da etwas vorzeigen, oder so? Ich muss ja besser für dich, ne? So? Was auch, Mann. Aber eben dann... Weisst du, wie du das Haar machst? Bist du krass, oder was? Was argumentieren? Was argumentieren? Du kannst dir überlegen. Das ist krass. So, was? Ich bleibe mir nicht. Wir sind zwischen deine Beine, ja? Ich habe gegen euch. Jetzt ist es besser für dich. Bist du blöd im Kopf? Nein. Du bist doch dumm im Kopf, Mann. Weisst du das? Man, dumm, ich will. Komm doch weg, Mann. Das ist es, Mann. Ist besser für dich, Mann. Sorry, ich habe keine Ahnung, was bedeutet Krieg und was bedeutet Schläge. Was weisst du, Mann? Ich bin im Krieg, ich habe alles, Allah. Hey, hast du Probleme, oder so? Was läuft? Ich habe... Ich will dir schauen, ob... Du bist doch rot, Mann. Ich finde, wenn jemand... Du bist doch dumm im Kopf, Mann. Weisst du das? Oh, jemand ist so schräg an, guck. Ich gehe vor ihm, sage ich es. Sorry, willst du mein Vettchen an oder so? Wo ist mein Vettchen, ja? Ja, sicher. Oh, guck mal. Er läuft wie schwul an. Du kannst mir das auf der Sendung sagen. Dann fangen wir zu reden. Hey. Du redest da so gross gekotzt. Ich bin der Held. Ich bin der Held. Ich bin der. Ich bin der. Was hast du schon erlebt, du verdammt Bananen? Bist du... Hey, schau dich mal an. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Was hast du mir gesagt? Das Ende war's.